Tag 22, der zwölfwöchigen Gym-Challenge. Das viele Training und die Ernährung steigen mir zu Kopf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten kann. Sehr geil! Willst du jetzt mal aufgeben oder was? Jetzt kommst du mal mit uns Massemonstern trainieren. Es ist echt bodenlos kalt. Mein Ringkling, Leute, lustige Methoden ausprobieren. Yo, was ist das? Erzähl mir erst mal nicht, ich rieche jetzt mal dran. Oh Gott. Aber riecht dich nah, jetzt muss ich mal nah entlassen. Malersatz ist bei Muskelversagen beendet. Aber wenn du mit Vadim trainierst, dann... I'm coming! Und dieses Riechzeug? Wissen Sie, was die Arme ist? Es gibt immer so Typen, wenn die sterben, was sie laufen. So Kriegsmethoden, kann das sein? So sieht ein normales Training mit Vadim aus. Morgen gibt's ein 100 Kilo Bankdrück-Battle zwischen Vadim und mir.